Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 27. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1109. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Barrierenfrei, HomePod Mini, Stellantis Sony Smartphone, Alexa Altersheim und ein Happy Birthday an meine zweite Tochter. Die hat nämlich heute Geburtstag. Ich beginne gleich mit barrierenfreien Kreditkarten. Oder besser gesagt, Barrierefreiheit bei Mastercard. Mastercard hat nämlich gestern bekannt gegeben, dass ihre zukünftigen Karten barrierefrei sein werden. Muss das sein? Braucht es das wirklich? Ich finde, ja. Für Leute mit eingeschränkter Sicht, für blinde Menschen und für Menschen, die halt auch einfach ein bisschen visueller eingestellt sind, ist das nämlich eine sehr praktische Geschichte. Man kennt von Mastercard Kreditkarten, man kennt von ihnen Debitkarten, man kennt von ihnen Prepaidkarten. Die drei grundsätzlichen Kategorien werden zukünftig physisch anders ausgestattet. Das heisst, die Kreditkarte hat einen Bogen raus, also so eine Delle drin, die Debitkarte hat eine eckige Delle drin und die Prepaidkarte hat eine schräge, eckige Delle drin. Wie das Ganze ausschaut, das könnt ihr euch auf daily.geektalk.ch im Podcatcher eures Vertrauens oder sonst wo, da verlinkt, anschauen und nachlesen. Warum macht man das? Eben, damit man besser herausfinden kann, ertasten kann, um welche Karte es sich jetzt hier genau handelt, dass man nicht irgendwie, wie soll ich sagen, das Gea hervorkramt für alle deutschen Zuhörer, Bahnkarte, etc. Heisst das, glaube ich, bei euch. Wie es bei den Österreichern heisst, weiss ich es gar nicht. Lass mich doch mal bitte wissen, wie dieses Ding in Österreich heisst. Genau, weiter geht es mit dem HomePod Mini und auch der HomePod, die können nämlich jetzt auch verlustfrei Apple Music wiedergeben und wie das Ganze funktioniert, das ist relativ einfach, nachdem ihr das jeweilige Device auf das neueste Update gebracht habt über die Home-App von Apple, öffnet ihr nochmals diese und geht da in den Home-Schaltflächen über die Einstellungen und schaltet das Ganze ein. Dann könnt ihr darüber auch bessere Qualität an Musik geniessen. macOS Monterey, das gibt es natürlich nicht nur für die M1 Mac, die erst gerade vorgestellt wurden und oder im letzten Jahr gezeigt wurden, das gibt es auch für die ganzen Intel Macs dieser Welt. Auf meinem MacBook, dem relativ alten, habe ich es schon installiert und da bin ich fleissig am Rumspielen und habe da festgestellt, dass es die ein oder andere Funktion nicht gibt. Das wussten wir aber schon im Vorfeld und das haben auch einige Blogs immer wieder mal aufgegriffen. Jetzt wird es ein bisschen grösser, breiter getreten, weil logischerweise seit gestern, besser als vorgestern, Monterey hier ist. Was funktioniert unter den Intel Macs nicht? Zum einen ist es der Portrait-Modus bei FaceTime, dann die interaktiven Globus-Ansichten in der Karten-App, dann die detaillierten Städten oder die detaillierten Städten, die noch detaillierteren Städten, so jetzt habe ich es genügend mal gesagt, in der Karten-App und das Object Capture. Ja, all die Dinger, ach ja, dann wäre da noch Siri to Speech und die Diktatur, Diktatur, genau, die Diktat-Funktion, die gibt es aktuell nicht für die Intel-Geräte. Vielleicht wird das eine oder andere noch nachgeliefert, vielleicht aber auch nicht. Stellantis, habt ihr davon schon mal gehört? Gut, ich bin ja nicht der grösste Auto-Nerd, somit nicht. Liegt unter anderem auch daran, dass die Marken, die da drunter sind, nee, das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber das Grand der Marken, die amerikanischen Geschichten oder die amerikanischen Marken mich nicht wirklich interessieren. Welche sind das? Chrysler, Dodge & Jeep. Die sind unter anderem in dieser Konstellation drin und die haben eine Akku-Allianz mit Samsung geschlossen. Warum und wie? Es geht darum, in den USA, in Mexiko und ich glaube in Kanada, genau, eine Vielzahl an Stromspeicher-Fabriken zu produzieren, womit man dann später eben Akkus bauen kann für elektronische Autos. Denn man hat das Ziel, bis im Jahre 2030 40% der in den USA verkauften Geräte auf elektrischer Basis zu verkaufen. Übrigens auch noch zu diesem Stellantis, wenn man es dann so ausspricht, Konglomerat gehört oder gestartet, besser gesagt, hat das aus der Kooperation oder aus dem Zusammenschuss von Fiat und Chrysler und PSA und später dazugekommen sind dann mit und der Zeit oder eben durch das Ganze, durch den Zusammenschluss, Citroën, Peugeot, Opel, eben Jeep, Dodge, Chrysler, Alvaro Romeo, DS Automobiles, Lancia, Maserati und eben genanntes Fiat. So, vom Auto geht es über zum Smartphone und da hat Sonny mal aufgetrumpft. Ich habe ja letzte Woche, war das vorletzte Woche, mal gesagt, das nicht nur Apple und Google ein Event hat, sondern auch noch Samsung und auch Sony hatte einen und dabei haben sie ein neues Smartphone vorgestellt. Das ist das Xperia Pro 1 und das wiederum ist das erste Handy, das erste Smartphone mit einem Einzollbildsensor. Wer sich darunter nicht viel vorstellen kann, das sind normalerweise Objekte, besser gesagt Linsen, die in grosse oder besser gesagt in Kompaktkameras verbaut werden und die sind ja doch schon ein bisschen eine andere Liga. Somit sollte das Sony auch deutlich bessere Bilder hinbekommen, deutlich bessere Videoaufnahmen. Darauf bin ich gespannt auf die ersten Tests, was dabei rauskommt. Ansonsten im Inneren Snapdragon 888 Prozessor, es ist ein 512 GB Speicher, UFS, Speicher, genauer gesagt, und natürlich ein Display, das in 4K Auflösen mit 120 Hertz, 12 Giga Arbeitsspeicher etc. etc. Ach ja, preislich, ihr dürft so ca. oder besser gesagt 1900 20 Franken oder eben 1800 Euro in den Topf schmeissen, damit ihr an ein solches Smartphone kommt, wenn es dann überhaupt erst irgendwann nach Dezember auf den Markt kommt. Dann haben wir noch Amazon Alexa und Amazon möchte in die Altersheime und zwar mit ihren Alexa Geräten. Genau, die möchten oder Amazon möchte älteren Menschen erleichtern, untereinander zu kommunizieren mit den Aufsässigen, genau, mit den Aufpassern in den Heimen, also mit den Treuern zu kommunizieren. Man möchte den Bewohnern vereinfacht den Speiseplan oder die Aktivitätspläne zur Verfügung stellen und logischerweise sollen die älteren Menschen damit auch einfacher und auch nur mit der Stimme gesteuert mit den Geliebten von zu Hause oder zu Hause kommunizieren können. Das ist aber noch nicht das Letzte, was Amazon machen möchte. Nach eben genannten Altersheimen sollen auch die Krankenhäuser drankommen, die Spitäler und somit dann schlussendlich auch Hotellerie und Ferienhäuser, womit man das Ganze dann auch in grossen Massen bespielen kann, anpassen kann, etc. Ja, wir dürfen mal gespannt sein, wie viele Wanzen da noch in die ganzen Gebäude kommen. Amazon sagt, sie legen den Datenschutz ganz hoch genau und die Daten werden nicht gespeichert und auch die Gespräche sollen nicht weiter gehen. Ja, ja, Jeff Bezos oder besser gesagt sein lieber Nachfolger. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, wenn ihr dann mögt. Bis bald, euer Poughkeepsie, tschüss. Hört mehr Geek Talk.